Ja, horche mal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Imperia Wie immer auf Fränkisch, wir machen weiter Da unten ist noch ein Schatz, hab ich gesehen, letztes Mal Den holen wir uns Vielleicht mal wieder irgendwelche Coolen Einheiten machen, welche hab ich denn Überhaupt, also Achso, das sind schon die mit Schaben Okay Ach, falsche Hier Priester 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 Machen wir mal Upgrade Und was ich nämlich auch noch gesehen hab, hier ist überhaupt kein Priester dabei Da würd ich mal sagen, packen wir mal grad einen rein Und zack Ach ne Zack Und die schöne Kiste, mal gucken was drin ist Weiß keiner, was drin war Aber egal Geht's denn hier hin Achso, da geht's dann am Anfang Ne, da wollen wir nicht Äh, hier hin wollen wir Weil da können wir auch schnell beamen So Bin hier mal gespannt, wo er mich hinführt In die Gegner hinein Natürlich Was auch sonst Aber ich denn noch haben das Oh, what has happened here? Jetzt habe ich jetzt zwei von denen drin. Mensch. So. Gut. Und weiter geht's, meine Lieben. Okay. Warten wir mal auf ihn. New ladders have appeared. Oh, new ladders. Whoa, whoa, whoa. Huh? Hey, Death Slayer. The archaeologist has found a tablet showing the location of the crypt. It seems the only way to open the crypt is by using two golden keys from two remote locations. I've marked the locations directly on your map. The crypt itself is placed at the very center of the area you're operating in. You have a new objective. Okay. Heroes are entering your dungeon. Okay. Und die Heroes bitte alle, was auch immer, extrahieren und Dingsen und... The archaeologist just admitted that he tried to trick us. Forgot the golden keys. Just lead him to the crypt and have him bring us the urn. Aha, okay. Hat er uns verarschen wollen. Na, das hat ja toll geklappt dann. Nichtsdestotrotz erst einmal hier... Essen fassen. Gut, die haben gespeist. Jetzt noch die hier. Sehr schön. Das heißt, jetzt wieder hier hin. Und der gute Ball darf natürlich nicht fehlen. Go. Das ist schon schön gemacht hier, auch mit so einem schönen Merkelchen. Okay, wo müssen wir denn hin? Ah. Okay. Ihr folgt dem. Komm, komm. Er läuft da. Er läuft da. Warte mal, da war doch noch eine Kiste. Genau, da muss ich noch hin. Das habe ich doch ganz am Anfang mal gesehen. Dann ist mal vorbei. Ich weiß ja, da ist irgendwas ganz was Tolles, da. So, gucken wir mal, was da drin ist. Eine Rune. Okay. Wie sieht's aus mit der Truppe? Gut. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Die Lichtkönigin. Die Lichtkönigin. Blitzkönigin. Das ist meine Erd, Blitzkönigin. Was? Du insolent fool. Wie darfst du interrupt mein comeback speech? Nothing to it, Missy. See that demon? I'm his advisor. Wir sind ein Team, er und ich. So, ich sage es wieder, even though ich liebe mich. Das ist mein Erd. Hand es über, oder wir werden die Un- von deinem currenten Leben. Never. Who do you think you are, Human? Perhaps this demon hat mit dir so far, but do you really think that he will stay with you if offered the choice to have me as his partner instead? Da, ja, da. Was er gesagt? Well, yes. Of course, you stupid hag. Ask him. He will tell you. What do you say, Peck? Will you stay with that excuse of an organism, or would you rather join up with a sort of living legend? Living legend. Living legend. Sort of. I'll take my chances with the idiot demonologist. Him I know I can meet. Not to mention eat, if he disappoints me. Okay, da, ja. Bleh. Oh, okay. Party geht ab. Wir sitzen mal mal. Okay, nehmt keinen Schaden. Wir müssen, ähm, was tun? Skelette töten. You have reached your maximum population. Okay. Wieder auf sie drauf. Oh no! Auf die anderen! Auf die anderen! Auf die anderen! Auf die anderen! Den Rache-Geist! Wetzen! Bam! Komm, komm, rutsch, rutsch, rutsch! Neue Rune. Woohoo! Out of the pit! Me. You chose me! Not that I am surprised. Not at all. But I have clearly underestimated your intelligence. You look rather daft, you know? Not like someone, who would... Ah, yeah. Is it really wise to be giving me second thoughts? Oh, sorry about that. Just babbling from the excitement. We are a team, you and I. Brothers in arms and all that. Although, technically, I am your maker, which is kind of like a god. Yeah, yeah. Keep it up, little man. All right, all right. I'll shut up. We have the urn, the key to your future kingdom and the aphrodisiac to ensnare my future bride. Let's show those two-faced morons in Castle Twilight that there's a new power to reckon with on the continent of Ardenia. Okay, Level geschafft. Neue Runen freigeschaltet. Was haben wir denn da? Danke, Effizienz. Okay. Dämonengunst. Mhm. Aushebung. Erhöht die Maximal. Zahl von Trupps um eins. Cool. Okay, das war also das Ende vom Akt eins, wie ich hier gerade merke. Kapitel eins von Kapitel eins. Ah ja. Sehr schön. Gut, da würde ich jetzt spontan sagen, wir sehen uns erst in der nächsten Folge wieder, auch wenn die jetzt wahrscheinlich wieder zu kurz war. Aber egal. Bis demnächst. Ciao.